Ja, hallo Freunde, das ist Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir sind hier vor diesem Blager. Keine Ahnung, was das ist jetzt, aber wir werden uns der Sache mal annehmen. Und mal gucken, wie ich mich da reinschmullen kann, anschleichen kann, oder irgendwas tun kann. Von hier aus, das ist ein bisschen schlecht, ne? Würde ich sagen. Ja, der kommt gar nicht bis dahin. So, Banditen. Aha, gut. Hier haben wir Banditen. Ey, gehst du mal runter, du doofe Kuh? Mich bemerkt keiner. Wenn du dich jetzt nicht umdrehst, ist alles gut. Ja, ja. Super. Kannst du den mal hochheben? Dann werden wir mal den eben, äh, hier rein verfrachten. Und jetzt nehmen wir uns den anderen vor. Leg dich hin, oder mach irgendwas, aber komm nicht wieder hier hin. Ah, das könnte gut gehen. Doch von der Seite. Und tschüss. Jawohl, erledigt. Bye, bye. Wo ist der Köter? Was ist der denn? Oh. Wow. Ah, ich hab so ein Schwert. Ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt, aber das ist ein besonderes, ja. Ich hab auch mal geguckt, aber ich find's nicht. So, ein Bogen wieder. Unterlager. Aber da oben, das, das ist, das wurmt mich jetzt. Ja, was da oben ist. Oh, guck mal. Nehmen wir doch gleich mit. Ich will erst wissen, was da ist. Ob da eine Höhle ist, oder ob da irgendwas anderes ist. Keine Ahnung. Hallo, wo will er denn mit mir hin? Von da komm ich doch gerade. Ne, doch nicht. Wie, Icarus nicht verfügbar. So. Wer seid ihr denn? Halt. Leichter Soldat. Okay. Gehst du mal runter? Gucken wir mal hier. Ah. Die sind, die hängen alle viel zu nah. Harte mal, der da hinten, der, der brennt. Der pennt. Wenn ich den wegmache als erstes. Ja. Das könnte klappen. Eventuell. Ich weiß es ja nicht. Oh, 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 oh. Niemand darf mich entdecken. Nee. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Kann ich doch nicht so machen, wie ich mir gedacht habe. Oder ich renne wirklich rein und den würde ich aber immer gerne wegknallen. Hau doch mal ab, du Arsch. Kannst du dich mal vom Acker machen, du Idiot? Was wird jetzt? Warte ich hier und warte und warte. Und dann. Ja. Warte auf. Ja. 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 Damit machst du dich Na gut, wenn du meins. Oh, der ist hier. Der auch. Und das sind Spartaner, ne? Aua. Nein, nein. So, tschüss, Bumpel. Das war ein Spartaner. Scheiße. Ich darf nicht überall reinrennen und gleich alle killen. Na gut, hab ich auch jetzt gemacht. Was soll ich machen? Ne, das ist jetzt wieder stehlen. Das ist mir jetzt auch egal. Der war auch wach. Ne, die plündere ich nur. Ne, zerstöre sie aber nicht. Nein. Scheiße, ne. Ne. Echt, ich muss wirklich aufpassen, was ich hier so mache. Und... Na nein, zerstören tun wir die nicht. Nein. Ach, eigentlich bin ich doch. Aber da gibt es ja nichts für. So, jetzt werden wir da drüben hingehen, wo ich gerade war. Was ist das denn? Kopfgeld für einen Banditen? Ja, da wollte ich da hin. Ah. Okay. Na dann. Wo muss ich das Kopfgeld machen? Ich hoffe, dass ich das kann. Wenn nicht, na gut, dann nicht. Das wäre aber scheiße. Hier ist kein Holz in der Nähe. Kopfgeld für einen Banditen. Okay, das ist da oben. So, dann ducken wir uns mal. Machen wir mal hier den Sneaky-Sneak. Okay. Und... Hm, hm, hm. Jetzt geht auch da hoch. Mensch. Oh. Schütze. Na, den will ich aber dann doch haben, ne? Ja, den will ich haben. Dann muss ich wieder anders rangehen. Machen wir auch. So. Oh, 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 oh. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, dann würde ich den wegknallen. Dann hole ich mir den weg. Und jetzt sind die anderen hier. Da, kommst du hier hin? Oh, oh. So. So. Na, nein. Okay. War das alles? Wo ist der? So, Schüss. Hoffentlich war das jetzt nicht der Schütze. Boah. Ja, doch, das war der Schütze. Ey. So, da, den... Ach, der ist das. Okay. Tod bestätigen. Aha, so geht das. Okay. Oh, elf. Oh. Wahrscheinlich bin ich dann doch zu früh hier gewesen, ne? Aha, hier ist es auch wieder gebimmelt. Einmal. Wow, habe ich mich jetzt verjagt. Da. Okay. Nochmals. Ja, die Schatztruhe. Die ist ja auch noch hier. Sehr gut. Was ist das denn für ein geiler Helm? Aber gewöhnlich. Schade, ich hätte... Ja, wie gesagt, ich kann das tausendmal sagen, aber ist ja auch egal. So, jetzt gucken wir mal... Inventar. Äh, was haben wir hier gekriegt? Acht, sechs. Ne, ne, ne. Was ist das? Schwerer Stab. Schwerer Stab, da stehe ich nicht so drauf. Speer. Antatsschaden. Kriegerschaden. Schaden gegen Athena-Soldaten. Hm. Ähm, ich halte ihn mal. Ja. So, und das habe ich, das ist elf, das ist acht, aber ein gewöhnlicher. Hm, nö, nicht wirklich. Äh, nicht wirklich. Ich ziehe den mal kurz an. Ach, kann ich gar nicht. Ah, zehn. Elf. Kriegerschaden. Feuerschaden, den habe ich ja gar nicht. Nö. So, dann gucken wir hier mal. Nö. Obwohl, naja, gut. Egal. Zeh, nein. Nehmen wir nicht. So, und was haben wir da unten? Wachstafel. Diese Wachstafel erhält wichtige Informationen bezüglich der spartanischen Schlagbläden. Ah, okay. Da haben wir noch einen. Den habe ich. Neunhundertfünfzehn. Das ist eine Macht. Jägerschaden. Und was hat der? Der hat Attentats. Ne, den lassen wir drauf. Ganz genau. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja, die Ecke hier unten haben wir abgesäbelt. Oh. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg und geben die Karte ab. Würde ich doch sagen, oder? Oder was sagt ihr? So, das sind 600 und, aber hier ist, äh, ne, ich will, ja, das ist ja, jetzt hätte ich hier schon wieder absteigen müssen. Tschüss. So, die Wittke looted oder zeuchelt. Sonst genau. Ach, da sind noch Vorräte. Achso, das sind bestimmt die Vorräte, die ich, äh, nicht zerstört hab. Und den... Ja, genau. Okidoki. Ich will die ja nicht schwächen. Ich bin ja so mehr der Spartaner. Ja. Aber wie gesagt, wir sind ja eigentlich Söldner und sollten uns keiner Allianz zuge... Also, zugeneigt sein und... Ja. Schauen wir mal. Was ist denn da, eine Insel? Das ist nur eine ganz kleine Insel. Ja, ich sag ja, in dem Spiel, da bin ich. So, dann schwimmen wir da mal kurz hin. Oder rüberlaufen, geht auch. Ah, guck mal. Was war das? Eisbrocken sind mal... Gucken wir mal weiter. Nein, hier war nix. Hier ist nix und da war nix. So, dann können wir die Sache abgeben. Und werden dann mal... Oh. Ist das Clown, wenn ich das hier mache? Nö. Aber das wäre wieder Clown, ne? Und das nicht. Gut. Aber das sind Spartaner. Nö, das lassen wir mal lieber. Ich will der jetzt nicht. Nicht, dass ich nachher da ankomme und... Was? Wo ist der? Da. Seit wann bellt ein Wolf? Also heulen, ja. Bellen? Habe ich hier noch nie gehört. In keiner... Ist ein bisschen... Ja gut, okay. Es ist ein Spiel, bleibt ein Spiel. Aber wie gesagt. Den Wolf habe ich noch nie bellen hören. Jaulen. Kann ich verstehen. Ja. Kriege ich hin. Bellen tun Hunde. Klar ist in jedem Wolf auch ein Hund drin, aber... Moment, das sind doch blaue. Achso, da brauche ich mich. Hm? Okay. So, wo bist du, Keule? Komm her, ich will die Kohlen haben. Meine Möppen. Oh. Ja, mal locker. Ja, mal locker. Entschuldigung. Entschuldigung. Nun, hast du den Verräter gefunden? Ja. Verräter sind euer kleinstes Problem. Der Dieb kam im Auftrag eines Söldners namens Hyrkanos. Hyrkanos. Wie oft muss ich den Namen noch hören? Seine Hände können das Gold der Athena schon nicht mehr tragen. Hast du die Tafel? Ja. Mhm. Das war's? Hast du die Tafel? Hier, nimm. Tolle Wurst, ehrlich. Ich racker mich hier ab ohne Ende. Neun Bogen, ja, den haben wir gerade gekriegt. Nummer 915. Ei, 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 ei. 30. Das ist echt, boah. Jäger. Antatsschaden. Ist aber 13 besser, der hier. Hm, das ist so weit, ich nehm den. Das sind 13 mehr. Ne? Und so weiter. Hallo? Ich hab den doch gerade... Achso. Er ist der Zehner. Boah. So, Quest. Lucken. Lucky Lucken. Ähm, nein, eine Armee für sich. Wenn Cassandra den Wolf treffen wollte, muss er die Spartanern helfen. Megaris zu erobern. Ja, töte Athener Soldaten in Megaris. Zwei Stück fehlen mir noch. Okay. Aber ich hab hier doch noch was anderes angenommen. Feuer für Sparta. Jetzt steht er, spartanische Spionen haben oft Lagerboote und Vorräte der Athener ausfindig gemacht. Allein hinter der feindlichen Linien könnten sie allerdings nicht immer etwas unternehmen. Zerstöre Athener Schiffe. Achso, ja, okay. Das kann ich jetzt nicht. Töte Athener Soldaten mit Schwertern. Töte Athener Soldaten mit Speeren. Okay, das ist ja. So, Schlachtfeld-Siege. Empfohlene Stufe 9. Die Athener Streitkräfte unternehmen in den anstehenden Schlachten. Eine wichtige Forschung ist gegen Sparta. Sie werden Unterstützung brauchen. Gewinner Schlachten. Athener für die Athener in den ganzen griechischen Welt. Zwei. Okay. Wenn sich die Gelegenheit erhalten, wenn spartanisches Schwergewicht des Schlachtfelds beherrschen. Wir müssen ihnen diese Gelegenheit verwehren. Töte spartanisches Schwergewicht. Achso, in der ganzen Welt. Okay, ah ja, gut. Ah, ja, mit den Schiffen. Okay, das kriege ich ja noch hin. So, eine Armee für sich. Ja. Das Töten von Hauptmännern und Polymerien. Was? Polymerien sind die Stadt. Ja. So, dann gucken wir mal. Ach, halt die Fresse. Du Lutscher. Ja, aber wo muss ich da hin? Was ist das hier? Proviantkontrolle. Das ist ja eigentlich egal. Sehe ich gerade. Ja. Ich versuch's mal hier. Und... Aber da bleiben wir erstmal hier stehen. Und wir sehen uns in der... Nächsten Folge. Wer bist du denn? Hast du das gesehen? Wer bist du? Wer bist du? Was tust du? Oh. Ich glaub, das lassen wir mal lieber, ne? Ja. So. Ja, jetzt, jetzt. Du siehst hier hoch. Hä? Hä? Was? Was? Ey, ey, ich hab überhaupt nichts gemacht. Ey, darfst du denn doch nicht mal zwei Schluftholder haste, die alle anmarsch? Ja, Freunde, ich würd' sagen, das war's erst mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Channel. Schreibt mir in die Kommentare. Und viel fandet für einen Anfänger, muss ich dazu sagen, ja? Also seht's mir in der Hinsicht nach. Ein Anfänger, ich bin kein Profi, ich zocke nicht jeden Tag. Klar, dieses Spiel jetzt, ja. Und ich würd' sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye. Bye. Bye-bye. Bye.